So, hier haben wir den Dylan. Der Dylan ist so ein total lustiger Kerl. Der ist lieb, der ist verspielt, der ist verschwusst, der badet gerne, wie man sieht. Der hat hier viel Spaß. Dylan! Dylan, komm mal her! Komm mal zu mir, ne, du bist nicht der Dylan. Komm mal her! Bibi, komm! Dylan, Dylan, komm mal raus! Genau, super, komm, wir gehen mal raus. Ja, geh mal zur Brigitte. So, der spielt auch sehr gerne, der Dylan. Das wird auch irgendein Schäferhundmix sein, aber der ist jetzt nicht so groß und kräftig. Der ist ein ganz süßer, ist ein lustiger, so ganz lustige Öhrchen. Und eben hat er total geschmust mit uns, aber da mussten wir erstmal ein Video von der Belén machen. Und jetzt wartet er darauf. Hey Dylan, ja genau, schmuse nochmal. Jetzt wird die Brigitte auch ganz nass. Ja, also er ist ein ganz lieber Kerl. Du bist nass. Wie groß bist du denn ungefähr, was meinst du? Warte mal, noch nicht werfen, ich mach mal kurz meine Messung, meine Knie-Messung. Oh, du bist ja gar nicht so groß. Also ein bisschen über 50 Zentimeter. Zwischen 50 und 55, würde ich sagen. Also er ist nicht sehr groß, schlank, sportlich und hat voll Lust auf sowas. Ja, da renn mal da. Das ist jetzt ein bisschen heiß. Wir machen das jetzt auch noch extra ein-, zweimal für den Bibel-Video. Komm mal her, bring's zurück. Na, supi. Ja, super. Ja, super, 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 super. Das ist ja alles Übungssache. Aber die Anlage ist schon mal da. Die Anlage ist da. Guck mal, guck mal aus. Von wegen. Also ein toller Hund, ein lieber Kerl, ein lustiger Kerl. Der hätte bestimmt auch Lust auf so aktive Menschen, die jetzt auch mal gerne wandern gehen oder lange Spaziergänge machen. Also das ist ein ganz lieber Kerl. Und sehr verkuschelt. Und weg mit dem Ball ins Schwimmbecken rein.